So, so wollte ich das. Einfach beide. Alter, Alter! Ey, ich krieg die Krise hier. Da kamst du nicht weg. Da ist der Kleine nachgespawnt. Was ist da denn hier los, ey? Langsam wird's richtig, äh, schwierig. Das ist nicht mehr so einfach. Na, na, na. So aber nicht, mein Freund. Hier sind wir noch gar nicht gewesen, oder? Doch, wir sind ja hier durchgebrochen. Ist ja offen. Das muss ja gewesen sein. Tchou, tchou. Und nochmal das gleiche. Jetzt haben wir mal richtig getroffen. Also, diese Laserbeam-Dinger, die sind schon echt kacke. Schon sagen. Ist doch nicht wahr, ey. Warum erwischt mich jeder Mist einfach? Es will einfach nicht klappen. Kann doch nicht angehen hier. Wie soll das erst dann in der Zone weitergehen? Will ich wahrscheinlich die ganze Zeit verbrennen. Komm, pieppfi. Komm. Jetzt aber endlich mal. Nein! So. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein... boah hau bloß ab hier das ding jetzt aus war nicht mein plan aber egal ich will ja weg endlich endlich hier das ziel erreicht meine güte war es eine schwere geburt fast ganz ein paar draus machen nur aus wie ich das hier verkacke so kommen fiefi ich glaube das war falsch Ich wollte einfach nur schnell weg von dem Dingern. Hä? Harakiri! Ich hab aber auch echt nicht viel Leben, ne? Wenn man so guckt. Vielleicht ruhig ein bisschen mehr Leben sein können, weil ich hab jetzt acht von dem blauen und fünf von denen. Ne. Das ist nicht so ganz... Ich wollte das Ding denn hier treffen. Nein. Ja, das macht mir Aua. Ja, wahrscheinlich muss ich... Ja. Ja, das offensichtlich ist hier nicht gemacht. Boah, Alter, da muss ich durch. Pfff... Pfff... Hei, 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 hei. Pau! Was war das denn? Komm, Fifi! Wollt ihr noch was vor? Boah, hui! Äh... Boah, ich dachte schon... Pau! Wollen wir den hier überhaupt ziehen? Hap! Heppala! Ich weiß nicht, wohin mit dir. Kann ich den einfach irgendwie kaputt machen? Das hat funktioniert. So! Speichern ein. Ich will hier nicht hin. Guck mal, hier müssen wir drun. Hm, ich glaube, ich muss den... Hier müssen wir irgendwie reinkommen. Und das am besten... Von... Da. Bei anderen sogar gebe ich den hier nicht. Eigentlich brauche ich Fifi dafür. Ich kriege hier aber anscheinend keinen neuen, Fifi. Ist ja blöd. Auch blöd ist. Da kommen wir nicht gut. Und da oben ist ja auch irgendwie was. Weil da können wir mit den... Dinger uns, ähm, hochkatapultieren, wahrscheinlich... Da kann ich... Wollen wir das mal machen? Speichern jetzt hier einfach mal. Ah, Alter! Und... So! Ah, der mich ja erwischt! Nicht schlimm. Prinzip ist... Klar. Äh, äh, äh! Waren nogenswo genug dran. So! Boom! Was bringt das eigentlich, dass ich die Dinger kaputt mache? Was doch irgendeinen Nutzen haben. Komme ich da hoch? Einfach hier durch? So! Äh... Ich wollte... Äh... Ja genau. Da oben wollte ich ja... Danke! Oah! Was ist jetzt passiert? Ah! So geht das. Aber Absicht! Wusste ich doch! Hm! der stein ist ja gar nicht drauf warum ist ne okay sagen sind durch mich aber nicht so gespeichert so hier gab es mehr leben ne halbiert die kosten der stichlamme luft sprint ermöglicht es ori den sprint durch die luft zu benutzen das erstellen einer seelenverbindung stellt seitdem ist ja wieder her ermöglicht es ori feinde mit einem topo sprint anzugreifen möglich ist sauberes wasser zu atmen halbiert die kosten ermöglicht den sprung ermöglicht in der luft einen dritten schaden nicht irgendwo auch mehr leben also erhöht werden auf der karte gezeigt wird die ausbeute der geister licht die zellen energie zellen tja machen wir erstmal das hier weiter ah verdammt warum hat mich das ding direkt one hittet ich habe doch fünf leben das wasser killt mich aber ich kann doch schwimmen alter wahrscheinlich dieses giftige wasser spannend was es hier gibt hier was cooles muss ja sein wie jaja da ist was ein fähigkeitszelle eine fähigkeitszelle das ist hier eine abkürzung da draußen neun zack zack wo ich jetzt nein boah ich krieg die krise bei dem scheiß dingen wenn der diese rotzelle einfach nicht nur machen würde wie der will sondern dann wenn ich das will nein ob der macht die scheiß dinge dann dahin ich sie gar nicht gebrauchen kann man macht ja einfach die scheiß rolle da unten was soll denn der mist also steuerung von uri ist echt gottig macht einfach irgendwelche sachen die er nicht soll so jetzt nochmal so lebenszelle volles Leben. Kommt so wieder her. Mistvieh. So, wir holen uns hier noch eben Energie wieder. Und speichern wieder. Tschüssi. Ähm, da ist aber auch noch was drin. Sehe ich gerade. Da drin. Guck ich denn da dran? Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Bleibt die halt da. Da oben ist bestimmt eine Lebensenergiezelle oder irgendwie sowas drin. Finsternis führte sie an diesen verlassenen Ort. Weiß ich auch echt nicht gerade. Schick hier, ne? Guck ich denn da jetzt rüber? Ah, okay. Ich dachte, das wäre zu weit. An den Toren des Horumbergs wurde eine schwierige Entscheidung getroffen. Hä? Also, Y. Sesam, öffne dich. Nibels Wärmequelle. Ihr ganzer Ruhm ist ausgebrannt. Lass uns vorsichtig sein. Denn viele, die hergekommen sind, kehrten niemals zurück. Ah, wir sind die vorsichtigen Personen. Der Horumberg. Das Element der Wärme ist nah. Doch der Berg, so habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen. Haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Okay. Ui. Ich weiß halt irgendwie nicht glatt. Da. Alter, was ist denn hier für eine Scheiße? Wo? Ach so, ich... Ich kriege ja auf allem hier nur Schaden. Alter, wollen die mich mal verarschen? Bams. Da kommt einfach ein Magma runter. Alter, da komme ich auch... Egal wo du bist, du knallst irgendwo gegen und verreckst am Feuer. Warum begehrt man X in den Jungs wo? Kann mir mal einer sagen, was ich machen soll? Hier ist doch nichts, wo ich weiterkomme. Nee, der ist ja... Da kommst du nicht dran. Alter, 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 alter. Ich darf nicht stehen bleiben. Das ist nur die Frage. Wo muss ich hin? Äh, äh, äh! Aua! Verdammt, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Hey, da unten ist tatsächlich was. Wie kommt man denn da runter? Der ist doch! Der Porter und, äh... Der weh Energie. Ei, 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 ei. Finde den Hochberg und stelle ihn wieder her. Das ist schon echt... Also, ich darf da schon drauflaufen. Ich muss da nur halt nicht stehen bleiben. Das Problem an der ganzen Sache ist, da hinten irgendwo raufzukommen. Hä? Was ist das? Das ist richtig... Das ist schon ganz wichtig. Jedoch nicht auch einfach. Ich habe das schon hier weit. Ich habe die Ausprägung. Ich habe die Ausprägung. Ich habe das. Ich habe das.